Wie habe ich es geschafft von 0 auf 50.000 Pokale? Nice, 2.000 für die 2 Euro. Ihr seht es, wir waren bei 49.999 Pokale. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es ein richtig, richtig krankes Video. Ein für mich sehr, sehr besonderes Video, denn in diesem Video schauen wir uns meine Pokalentwicklung an. Von 0 bis 50.000 Pokale, Leute, ihr wisst es. Ich spiele schon seit Januar 2019 Brawl Stars und habe damals mit 0 Pokalen natürlich auch angefangen und habe vor kurzem es geschafft, die 50.000 Pokale eben auch abzuschließen. Geisteskrank, Leute. Hier seht ihr es auch nochmal in meinem Profil. Wir werden uns anschauen, wie habe ich das geschafft. Ich werde euch verraten, wie lange hat es gedauert, wie schwierig war es. Die einzelnen Meilensteine, zum Beispiel 10.000 Pokale, 20.000 Pokale, 30.000, 40.000 und 50.000. Werden wir uns nochmal anschauen. Ich werde nochmal was dazu sagen. Wird auf jeden Fall ein richtig geiles Video. Lasst uns jetzt einen Like auf diesen Video da. Und vergesst natürlich auf gar keinen Fall, Leute, am 27.11. um 14 Uhr auf dermerch.de das Derlita-Weihnachtspaket. Ultrakrass. Ich habe auch gerade den Hoodie eben an. Richtig, richtig geil, Leute. Der ist mega warm und kuschelig. Ich verspreche es euch. Ultrakrass. Und ja, ihr könnt aber auch ein T-Shirt-Paket nehmen oder auch ein Hoodie-Paket. Ist limitiert auf 2.000 Stück. Ihr müsst schnell sein, wenn ihr was bekommen wollt. Danach ist es ausverkauft. Handzellierte Autogrammkarte haben wir noch. Natürlich im Paket dabei. Und zum allerersten Mal einen ultrakrassen Rucksack. Der ist über 40 Zentimeter auch hoch. Da passt richtig viel rein, Leute. Vorne das Fach, in der Mitte und das große Fach. Ist ein sehr geiler Schuhranzen auch. Kann man aber natürlich auch für die Freizeit verwenden, Leute. Ihr wisst Bescheid. Also, schlagt zu. Oh mein Gott, Freunde. Und so hätte es tatsächlich ungefähr ausgesehen wahrscheinlich, wo ich damals gestartet bin bei Null Pokalen. Natürlich habe ich das Profil mit jetzt nicht so bearbeitet. Leider habe ich keinen echten Screenshot, wo ich damals wirklich Null Pokale hatte. Damit habe ich noch gar kein YouTube gemacht. Wir schauen uns aber jetzt so die ersten Anfänge an, wo ich noch ganz wenige Pokale hatte. So, Freunde. Wir kommen zum ersten Video auf meinem Kanal. Das älteste Video. Das sollte so ziemlich jeder von euch kennen. Dort haben wir als Niedrigstes quasi 6.973 Pokale. Ja, Aufnahmen von davor gibt es leider nicht. Dort seht ihr schon, wie blöd das auch aussieht. Meine Frisur auf jeden Fall wild am Start. Und natürlich auch Jojonas. 12.3.2019. Ja, also habe ich quasi ungefähr zwei Monate gebraucht von Null auf 6.973 Pokale. Da aber schon viele dieses Video kennen, reagieren wir mal auf ein anderes Video, wo wir aufgezockt haben. Und zwar reagieren wir eben auf den 7.500 Pokale Meilenstein, Leute. Den, ja, ich quasi dann als erstes sozusagen auf YouTube erreicht hatte. Das Video kennt nämlich so gefühlt niemand. 18.000 Aufrufe nur. Und ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach mal rein, Leute. Let's go. 1-2 Runden schätze ich, Solo-Showdown mache ich und dann habe ich das Ganze auch. Und dann werde ich eben, ja, meine... Loll, damals hat man eine Big Box bekommen, okay. Sauerbelohnung 500 Tokens eben erreicht. Loll, da steht noch Sauerbelohnung unten. Die Saison endet ja in 6 Tagen, aber vielleicht schaffe ich sogar noch die 8.000. Mal schauen. Und dann werde ich eben die große Box öffnen. Aber noch dazu, Leute, es ist kein Clickbait, ich werde auch noch eine Mega Box öffnen. Ich bin mal gespannt, Leute, mir fehlen noch die Legendaries, ihr könnt es euch ansehen. Oh, lol, Alter, zu der Zeit, Leute, war ich auch natürlich noch nicht maxed out. Ihr seht, es fehlen mir noch drei Legendäre einfach, ultra krass. Und in Kürze erscheinende Brawler ist hier Karl unten. Drei Legendaries, Leute, ich bin ultra gespannt. Vielleicht ziehst du ja heute, wäre extrem Glück. Das wäre heftig. Ich bin mal gespannt. Ich werde Solo-Showdown erst mal mit Barley machen. Alter, Leute, schaut mal, ich habe ganz viele Power-5-Brawler zu dem Zeitpunkt. Okay, Leute, wir schauen mal rein, wie ich hier so mit Barley gespielt habe. Einfach Gegner ein bisschen weggehalten von mir selbst. Und so einfach kann es eben schon mal gehen. Sehr selten, muss ich sagen. Die Barley-Taktik war schon damals auf dem Ende. Jetzt schon Showdown-Leute, was ist los? Aber es ist ein Bull, also es wird sehr schwierig. Also ich könnte höchstens... Ja, okay, ist das schon. Aber man macht das komplett. Wir haben einfach plus sechs Trophäen easy bekommen. Und damit haben wir auch tatsächlich schon die 7.500, Leute. Das ging wirklich schneller als gedacht jetzt. Jetzt gehen wir auf verlassen. Und da sehen wir, Leute, 7.500. Ja, auf jeden Fall schon mal sehr krass, Leute. Ich würde sagen, als nächstes schauen wir uns die 10.000 Pokale mal an. So, Freunde, wir kommen zu meinem nächsten Meilenstein. Die 10.000 Pokale am 28.04.2019. Also ja, eine Zeit lang spielt auf jeden Fall. Damals war ich noch hauptsächlich Duo-Showdown-Spieler, übrigens. Merkt man hier auch. Heutzutage ja nicht mehr. Auch eine Sache, die sich geändert hat. Und damals hatte ich übrigens, Alter, 5.980 Abonnenten. Leute, das ist meine Abonnentenzahl. Geisteskrank, wenn ich überlege, heutzutage einfach 1,5 Millionen. Alter, was sich einfach geändert hat, Leute. Danke für euren Support, wirklich. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein, wie wir hier die 10.000 Pokale geknackt haben. Die Terra. Ich geh nach vorne an, die Shuttle-Stip. Schön gezogen. Ich hab ein Schilder aktiviert. Das ist geil. Oh mein Gott. Mit Jojona, hast du damals auch eine Ehre? Ich bin leider down. Ich bin leider down. Schaffst du? Ja. Okay, Alter, so okay, Alter. Guckt euch das an. Ja. Die Boxen sind weiter. Sicherlich, normalerweise werden wir jetzt verlieren müssen. Die ist da gerade neu rein, aber keine Chance. Krank. So, Grad 10, Power-Ups. 17. Ja, toll. Ich carry dich hier durch, ne? Für die... Das merkt man auf jeden Fall. Oh, ich muss auch... Ich bin zu gut, glaube ich. Ja, Digga. Guck mal, gar keine Chance gegen die Boxen sind wir gehabt hier. WTF? Ja, das Power-Ups auf jeden Fall auch. Das passt doch ich jetzt hier weg. Ja, ich glaube, ich überlebe es nicht durch die Gefolge. Naja, keine Chance, Mann. Ja, hab. Okay, nice. Oh, lol. Richtig gut. Damit haben wir jetzt auch die 10.000 Trophäen auf jeden Fall auch geknackt, ne? Auch hier, Leute, sah ich irgendwie noch, also die Haare noch kürzer. Oder ähnlich wie ein Ei auf jeden Fall auch noch damals, ne? Also nicht so lange Haare wie jetzt die letzte Zeit. Und, ähm, aber Jonas, du siehst irgendwie genauso aus wie heute auch, muss man sagen. Und, ja. Guck mal nach, Leute. Gratis-Megabox wird jetzt auch geöffnet. Oh, hi. Freue ich mich auf jeden Fall auch schon mal. Das war schon krass damals. Nice. Dank nochmal für die 2 Euro. Oh, 10.000. Let's go. So, jetzt kannst du dich die Megabox öffnen, die Gratis-Megabox. Ja. Damals hat es scheinbar, okay, Leon hatte ich dann als Profilbild. Wahrscheinlich, weil ich Leon irgendwie bekommen hatte. Ah, vor kurzem Leon bekommen wahrscheinlich halt mich sehr gefreut. Jetzt hast du mich nochmal 2 Megabox, zumal das Skill-Duell gewonnen hast, ne? Genau. Wie gönne ich dir? Guck dir einfach mal an, wie schön, dass die oben aussieht. Die 10.000. Ja, sieht schon heiß aus, muss ich zugeben. Sieht schon heiß. Und dann würde ich sagen, Leute, Gatis-Megabox einfordern. Und wir drücken mal drauf. Jetzt auf jeden Fall am Start 6 von Leiden. Gegenstände könnte sein. Wir können eine Star-Power auch ziehen, wenn wir Glück haben. Öffnen wir auf jeden Fall 5 von Leiden. Leider. Okay, schauen wir aber trotzdem mal, was drin ist. Mal schauen, was drin ist. Vielleicht könnte ich den einen oder anderen dann wieder upgraden. Oh, Leon. Plus 62. Das schmeckt, Leute. Das schmeckt. 75 für Penny nochmal 8 Jubeln. James-Box ist nice. Ganz solide. Auf jeden Fall auch mega witzig. Wir gehen als nächstes zu den 20.000 Pokalen. Oha, Leute. Wir haben nochmal einen großen Sprung hier gemacht. Äh, ja. Abonnenten damals 220.000. Geisteskrank, wie schnell das dann ging. 16.11.2019. Also ziemlich genau 2 Jahre ist das jetzt her. Und ihr seht schon, ich bin ein Spiel vor den 20.000 Pokalen, Freunde. Okay. Wir spielen hier mit einem Timer. Keine Ahnung, wer das ist. Und Benji. Ehrenmann. Benji wirklich grüßt an der Stelle. Okay, Leute. Wir starten rein. Okay, Leute. Hier ist alles geben. Wenn wir dieses Game jetzt gewinnen, dann haben wir 20.000 Pokale. Ich weiß gar nicht, ob wir es gewonnen haben. Dann haben wir 20.000 Pokale. Das Problem ist, dadurch, dass ich mir das jetzt die ganze Zeit sage. Ich weiß nicht, ob das so förderlich war in dem Sinne. Schon geil, wie ich wieder mit Video spiele. So mäßig. Nein. Okay, wir liegen tatsächlich 0-1 hinten. Oh, oh, oh. Okay, das ist schon mal heftig. Nein, bitte nicht. Aber ich muss schon sagen, Leute. Ich hau hier ganz oft in die Luft mit, Bibi. Also hab ich echt nicht gut gespielt. Oh, je. Benji. Macht ihn rein. Oh, lol. Es waren nur noch 7 Sekunden, Rigger. Als ob. Benji hat auch nachher ausgeglichen. 1-1 ausgeglichen. Alter. Und jetzt nochmal alles geben, Leute. Ohne Witz. Aber wir haben vielleicht einen kleinen Vorteil, weil wir haben gute Range Broder hier am Start. Und wir haben alle gekillt, Leute. Leute, ich mach das Ding rein. Und wir haben 20.000 Pokale geknackt. Let's go. Was geht ab, Junge. Let's go. Alter, was. Wie das auch aussieht hier, dieser Screen, ne. Und einfach der Nita LP. Nice. Und Benji jetzt zusammen, oder? Oh mein Gott. Benji hat mich gut geknackt, Leute. Oha. Jetzt haben wir es. 20.000 Pokale erreicht. 20.000 Pokale erreicht. Ich würde sagen, wir schauen es uns an. In 3. 2. 1. Und. Let's go, Digga. Let's go. 20.000 Pokale. Was geht da ab, Alter? Dank. Nice. Mega geil. Alter, das hat so gut geklappt. Und Atomax, Digga. Oh, der Witz. Atomax hat er nochmal angerufen. Und ihr seht auch schon, Leute. Der Trophäenpfad war aber damals schon zu Ende. Wie ihr sehen konntet, Leute, damals ging der nur bis 14.500. Und wir hatten trotzdem 20.000 Pokale. War natürlich ein bisschen schade, dass wir dafür keine Belohnung bekommen haben. Aber trotzdem krass. Jetzt gehen wir zu den 30.000 Pokalen. So, Leute. Wir machen nochmal einen Sprung, Digga. Alter, ein Jahr später, glaube ich, einfach, ne? 16.11.2020. War das nicht eben der 16.11.2019? Ich bin mir gerade nicht sicher. Heftig. Und wir haben auch hier eine Million Aufrufe einfach auf diesem Video. Mega krass, Leute. Ihr seht schon, wir sind ein Game von den 30.000 Pokalen. Da habe ich auch echt wenig Erinnerung an den Push, sage ich ehrlich. Ich bin mal gespannt. Wir starten mal rein. Und wir haben genau 30.000 Pokale, Freunde. Oh, damals ein Diamant-Mert hatte ich an. Leute, wir strecken uns jetzt nochmal an. Wir haben alles auf jeden Fall gegeben. Und dann haben wir es auf jeden Fall. Nur noch diesen Win. Es ist einfach zu krank, Junge. Digga, dieser Rekord einfach zu heftig. Und ja, ich bin auch so gespannt auf diese Saison-Berlohnung, Leute. Okay, komm. Es ist schon witzig, um es selbst zu reagieren, Leute. Das ist das Gegner-Team. Oh. Okay. Hm. Ja, schwierig. Also, ist gar nicht mal so Ultralost, die Kombi, die die Gegner spielen. Will ich jetzt einfach mal drauf. Okay, ich spiele die Boxerin. Aber... Oh, Bruder. Okay, Darrell. Haha. Ja. Der hat mich nicht geholt. Ja, der hat mich nicht geholt. Ultralost war wieder von mir hier. Die Biene holen. Sehr wichtig. Nice, Mann. Oh mein Gott. Es schauen so viele Leute zu WTF. Ja, ist so, ne? Es sagen so heftig, Leute. Es sind nur Leute aus meinem Club und meiner Freundschaftsliste. Das ist krass. Oh nein! Oh! Ah! Jawohl, Alter. Ich bin schon ausrasten. Okay, jetzt ist wieder gleich von den Gems. Junge, Alter. Okay, nur noch ein Juwel. Alter, noch ein Juwel. Oder ein Gem. Wie auch immer. Ein Gem, Junge. Ja! Oh, lol. Da ist das Letzte. Und jetzt ein Countdown. Oh mein Gott. 12 Sekunden, Leute. 12 Sekunden. Oh! Oh! Nein! Ich hab Ems nicht geholt. Oh mein Gott. Wir haben Ems. 3, 2, 1. Ja! Mann! Die 30.000 sind am Start, Junge! Wow! Let's go! Was geht ab, Mann? Ich würde sagen, Leute. Wir gehen raus. 3, 2, 1. Und... Let's go! Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Mann. Wir haben genau 30.000 geschafft. Ja, Mann. Alter, wie krank ist das? Leute, lasst wirklich ein Like da. Wie gesagt, 3... Heftig. Also, ich muss wirklich sagen, Leute. Ich hab in Erinnerung, dass dieser 30.000 Pokal-Push nicht ultra schwierig war. Ich sag ehrlich. Da musste ich schon viele Stunden spielen. Aber ich musste, glaube ich, keine einzige Nacht damals durchmachen. Weiß ich noch. Aber ich würde sagen, wir gehen zu den 40.000 Pokalen als nächstes. So, Leute. Und, oh mein Gott, ihr seht es schon. Wir sind zwei Pokale damals vor den 40.000. Das Ganze war dann, ja, gar nicht so viel später. Am 4. Februar 2021 dieses Jahr. Und das, muss ich sagen, war eine ganz andere Liga als der 30.000 Pokal-Push. Da hab ich, glaube ich, gleichzeitig 15 Brawler auf 1.000 gehabt. Ich hab Geisteskrank auf die Nacht durchgemacht. Da war auch der 100-Stunden-Stream in dieser Season, wo ich auch so viele Brawler hochgepusht habe. Es fehlen einfach mal zwei Pokale. 39.998. Man sieht auch, glaube ich, wie ein 30-Game heute. Let's go. Oh mein Gott, Freunde. Es geht los. Puh. Krass, Mann. Ich weiß noch genau, diese Runde, ich erinnere mich so gut mit Penny an diese Runde. Oh mein Gott, Leute. Was für ein Schwitzer-Game, Mann. Ihr seht das schon. Oh mein Gott. Der hat sich gebraucht. Mega das Schwitzer-Game. Schwitzer-Game hat er noch. Oh, oh, oh. Uff. Let's go, let's go, let's go. Der weiß nicht, ob ich hier bin. OP. Ja, WTF, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch nochmal ein schwitziges Game, Freunde. Aber wir gehen aus der Nobby raus. 3, 2, 1. Abfahrt. Boom, Junge. Loll. Geil, Mann. 40.000 Pokale. Geil, Mann. Oh mein Gott, Leute. Wirklich. Lasst doch mal ein Like da. Geisteskrank. Hier sehen wir es nochmal. Wir sehen es hier, Freunde. 40.000 Pokale sind am Start. Hier sehen wir es auch nochmal im Profil. Damals. Schauen wir es nochmal, Leute. Ich bin aktuell im Platz. Oh krank. Alter, Platz 15 in Deutschland. Also ihr merkt schon, das war nicht so einfach damals, 40.000 Pokale, ne? Krank. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns aber mal die 50.000 Pokale von mir an. Freunde, was sollte ich sagen? Ihr seht es. Wir waren bei 49.999 Pokale. Wie krank, Alter. Das Video ist auch ganz jung noch. Zehn Tage her ist das Ganze erst. Deswegen, natürlich habe ich da noch super viele Erinnerungen dran. Ähm, mit Onkel Mo. Er war in jeder einzelnen Runde bei der gesamten Season dabei. Und immer mit einem dritten Mate, der gewechselt hat. Das war das anstrengendste, was ich jemals in Brawl Stars gemacht habe. Die 50.000 Pokale. Das war nochmal ganz, ganz andere Liga als 40.000 Pokale. Ganz, ganz andere Liga. Das war echt hart, Mann. Es war wirklich hart. Über 200 Stunden habe ich innerhalb von dreieinhalb Wochen gezockt dafür. Und ich würde sagen, wir schauen uns die letzte Runde an. Garde, Alter. Eieiei, Leute. Das war es, was wir wiederkommen haben an der Stelle. Ein Game. Wir sind ein Pokal vor 50.000. Ihr habt es auch eben gesehen. Platz 6, Deutschland, Leute. Echt heftig. Let's go. So, Leute. Das letzte Game. Oh, Jethon, Jethon, Jethon. Nein, er ist offline. Was? Er ist einfach nicht ins Game gekommen. Aber überlegt uns, was wir heute. Ey! WTF, Mann! WTF, Mann! WTF, Mann! Oh mein Gott, Mann! Oh mein Gott, Mann! Dig, haha! Nein, ich glaube das gerade nicht. Oh mein Gott, der Bock von ihm, Mann! Onkel Mo war auch verzweifelt einfach. Oh mein Gott, so knapp. Digga, das kann das nicht wahr sein. Digga, das kann das nicht wahr sein. Man muss auch dazu sagen, ohne Onkel Mo hätte ich das niemals geschafft. Ich sag's euch ehrlich, Leute. Das war so schwierig, das Ganze mit dem 50K-Push. Der Netz wurde Onkel Mo nicht geschafft. Also wirklich, lasst du Papa ihm da, Mann. Ist er das wieder? Ich glaub, das ist er wieder, oder? Ja, er ist wieder da, er ist wieder da. Alter. Da ist er natürlich wieder zurück zum Glück gekommen. Jethon, ne? Okay, okay. Hab ihn. Oh mein Gott, lol. Hab Ulti. Das ist doch so krank. Ja! Mach du ihn rein! Let's go, Mann! Nice, Digga! Alter! Oh mein... Leute, ich hab mich so hart gefreut, auch mit Danita, mit meinem Lieblingsplauder, die 50.000 Vokale zu erreichen. Mein Gott. WTF, Mann! So, 3, 2, 1, und... Alter! Oh mein Gott! Let's go! Digga! Digga, der war offline! Leute, nach zweieinhalb Jahren Brawl Stars spielen, um ehrlich zu sein, sogar zwei Jahre und zehn Monate, haben wir die 50.000 Vokale geknackt. Ich hätte niemals gesagt, dass ich das schaffen werde. Und wir haben es wirklich geschafft. Geisteskrank. Und, Freunde, hier haben wir dann einfach die 50.000 Vokale Megabots noch geöffnet. Letzte Belohnung auf dem neuen Trophäenpfad. Seit... Was heißt neu? Seit anderthalb Jahren oder so. 3, 2, 1... Oh mein Gott! Null. Okay, und jetzt die Frage, was wird jetzt da sein? Jürgen, Alter. Aber krank trotzdem, Leute. Wirklich. Alter. Was für eine kranke Reise, Leute. Ich bin der Meinung, ich bin auf jeden Fall besser geworden über die Zeit. Ich bin kein ultra krasser Spieler, aber ich finde, ich habe eine Entwicklung gemacht in Brawl Stars. Dabei haben auch sehr viele Leute geholfen. Ich bedanke mich nochmal bei allen. Und natürlich an euch auch, Leute, dass ihr so lange schon dabei seid. Das freut mich so krass. Lasst nochmal gerne einen Like auf diesem Video da. Wir sehen uns. Und damit. Ciao, ciao.